3, 2, 1, drop it Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge der Formel 1 2019 Koop-Karriere und zwar geht es in der heutigen Folge nach Kanada, denkst dir kurz, schön wie nev also Leute, wenn ihr mal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und so weiter, ihr kennt das Ganze ja also jetzt viel Spaß mit dem Video So, der strahlende Sieger von Monaco ist back Ich hab mehr Druck als Gastli jetzt Stimmt, du hast ja, was hast du bisher, ein Podium-Size hattest du, oder? Oder nicht? Äh, nee, vierter in China Es ist schwer jetzt Ja, vierter mit schnellster Runde Aber egal, Gastli war ja erst in Silberstern gut, du hast also noch 3-4 Rennen Zeit Das nächste Rennen hier, das dritte bisher in der Aufnahmesession Fühle mich auf jeden Fall gut nach dem Monaco-Sieg Hier gehe ich, glaube ich, auf ein, oh, ich glaube, höhere Spitzengeschwindigkeit, oder? Was sagst du? Habe ich auch Ich tendiere, ich tendiere, äh, Augen zu Oh, ich bin jetzt auch versehen bei 5 gelandet Nee, dann bleibe ich bei 4 Ja, ich habe auch 4 Ab geht es Kanada, eine sehr, sehr schöne Strecke Auf der Insel Künstlich aufgeschüttet Hier kommt mein Sektor erst mit der höheren Spitzengeschwindigkeit Oh, ich komme auf Start Ziel Komm, Junge, komm, 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 komm Pole Jawohl Oh, war die schlecht Ey Oh Und sogar ohne Abkürzen bei der Wall of Champions, bei der Schikane Weil sonst habe ich da immer leicht abgekürzt, aber das merkt das Spiel nicht Oh Oh, was, die dritte, oh, was 1,2 Sekunden vor Hamilton Vor den zweiten, alles klar Digga, jetzt läuft es absolut Wenn jetzt nicht wieder so ein Ferrari kommt, der mich am Start zerstört Und du bist auf Platz 9, Riccardo 13 Ah, nicht gut, Riccardo Schlechtes Qualifying von ihm, aber McLaren, Alter Vierter, Fünfter Wenn Norris mal so in der Karriere performen würde, wäre ich auch zufrieden So, Strategie, standardmäßig Soft und dann Mediums Man kennt's So, Kanada, ich starte wieder innen, das ist eigentlich gut Die fünf roten Lichter neben Hamilton Alter, wie lange waren die an? Oh, was? Hä? Okay Ich hatte das Gefühl, ich komme mega schlecht weg, aber dann war ich irgendwie doch wieder vor Hamilton Das war gut Hatt ich nochmal Glück gehabt Das ist schon Lando oder so neben Leclerc Ich habe schön den ersten Platz verteidigt Oh, fast die Kontrolle verloren, Alter, war das knapp Noch rechtzeitig vom Gas gegangen Weißt du, was hat der gemacht? Auch Also ohne Einwirkung, soll aufs Gras gefahren Lol, ich auch gerade, also vorhin Hamilton, der will es auf jeden Fall wissen Ja, pass auf, Verstappen Verpisst Hier sind aber sehr viele gefährliche Curves, merke ich gerade Da habe ich auf jeden Fall Angst und Respekt Und, oh, Haarnadel fast in die Wand einfach Die Fans freuen sich auf jeden Fall Oh, ich ziehe da aber gut weg auf den Geraden Krass Wieder schön die Schikane, also Oh, fast wieder die Kontrolle verloren Alter, ich muss mal ruhiger fahren Oh, was, Ricardo ist in der Box Ich glaube, Ricardo hat einen Schaden Scheiße, Mann Der ist jetzt schon in der Box Und ich führe hier einfach wieder den Grumpy an Aber Hamilton ist sehr, sehr schnell Nächstes Mal können die mich auch überholen Oh, der will sich direkt wissen Bei der Stelle keine so gute Idee, würde ich sagen In der Karriere war das ja dauernd mit Hülkenberg, glaube ich, bei der Stelle Oh, schnellste Runde wurde geknackt von irgendjemandem Vorhin die Sektoren, aber jetzt Oh, Leclerc Gerade ist wieder abgelöst worden Von Monegassen hier Wo bist du gerade? Wow, nicht schlecht Und du hängst hinter Vettel, sagst du Ah, ja, sehe ich Der hängt absolut hinter Norris McLaren ist halt mega stark hier Warte, Bolidenleistung ist ja gleich Stimmt, oder? Ja Ah, lol Deshalb ist der Renault auf dem Geraden Nicht mal schlecht Stimmt, lol Komplett vergessen Ziel ist so gut weg da vorne Oh, gelbe Flagge Ich hab Vettel in die Wand gefahren Oh, nee, was ist der kaputt? Ja, also, nee Aber der ist absolut am Der wird keine Brücke mehr holen Der Vettel Hat er auf jeden Fall verdient Nach Barcelona Also Norris unüberholt Und Vettel dann Das ist die schnellste Rollingzeit Eine Minute Ein bisschen am Arsch Oh, Leclerc Nur eines hinten schneller Die schnellste Runde von ihm Ich weiß nicht Soll ich mit den Reifen nochmal angreifen? Ich glaub nicht Schon 29% hinten links Krass Oh, Heck bricht wieder aus Aber kein Problem hier gehabt Ich glaub, ich fahr einfach auch eine Runde früher rein In Runde 5 dann Ich hab echt schnell abgenutzt hier die Soft Mega krass Obwohl es nur 25% Rennen ist Ah, nee Wir kommen direkt nebeneinander raus Was ist das für eine Geschichte? So, ich fahr jetzt in die Box In Runde 5 Eine Runde früher So, extra früh bremsen Man kennt es mittlerweile Einfach kein Risiko eingehen Ich hab keinen Bock Jetzt im Verkehr rauszukommen Weil das scheint Rang 15 Und das ist halt echt So am Ende des Feldes Aber noch im Verkehr Oh, nee, Digga Nein Da ziehen jetzt so 10 Leute vorbei Und an dem muss ich alle vorbei Oder was? Scheiße, da ist jetzt ein Drecks Oh Gott Nein, Alter Ich komm auf Platz 15 raus Genau wie gedacht Aber hinter 6, 7 Leuten Kubica, der erste Hab ich schon mal Aber trotzdem kacke Weil ich glaub Vettel und Hamilton Haben da jetzt eher einen Vorteil Ne, nicht Vettel Vettel Leclerc Leclerc und Hamilton Magdussen Oh, Dreckshaas-Fahrer No hate Oh, Kubica Die Strecke, bei der er den ersten Sieg seiner Karriere geholt hat Und den bisher einzigen Und Spliteball bei dem ersten Sieg hier Oh, der holt diesen Oh, Räikkönen Der holt noch 3 Siege Aber läuft ganz gut mit dem Überholen Bloß ich muss jetzt Zusehen, dass ich da jetzt Irgendwie vor Hamilton vielleicht rauskomme Weil ich denke Dass die ziemlich wahrscheinlich sogar Vor mir bleiben Weil hier eben im Verkehr war Och, Fiat, Junge So dumm jetzt Ist echt einfach so dumm Ja, die fahren noch eine Runde Hamilton, Leclerc Und ich Och Scheiße, Mann Russell verbremst sich Fiat auch Ich bin trotzdem nicht vorbei Weil die da nebeneinander vor mir fahren Jetzt aber Russell immerhin Das war echt ne Scheißentscheidung hier Mit dem Stop Immer noch zwei Leute vor mir Jetzt Fiat Und Perez Komm DRS Ja, das wird hier nichts Absolut ne Scheißentscheidung Ich dachte, johu, geil Undercut oder so Beziehungsweise Undercut Abblocken Bin ich mal gespannt Was da jetzt so abgeht Ja, beim Ambrensen Keine Chance, leider So, was wahrscheinlich Mit dem besseren Reifen Ja, DRS Komm ich locker vorbei An Fiat Oh, das war knapp Oder ein Perez Ja, gut Hol ich einfach auch noch gerne mit In einer Oh Oh, war das knapp Perez ist in die Box Aber hat mich mit seinen Reifen berührt Aber bei mir ist nichts passiert Alter, war das dumm von ihm Der berührt mich einfach mit den Reifen Ich dachte so Jo, flieg jetzt komplett in die Wand Aber gar nichts passiert zum Glück Jetzt endlich ein bisschen freie Fahrt Aber das Troll der nächste Aber die zögern so weit hinaus da Das kann auch nicht so gut sein Denk ich mal Oh, Leclerc Ja, lol, Hamilton war schon in der Box Aber der ist hinter mir Okay Krass Zwei Sekunden Also genau wie vorher Eigentlich so gut wie kein Nachteil Bis auf ein bisschen ältere Reifen Wir sind dabei erst bei 8% Geht auf jeden Fall Also Doch nicht komplett verkackt mit der Strategie Du hast unnötig eigentlich Zeit verloren im Verkehr Und unnötig Stress hier gehabt Oh, da komme ich auch an der Claire vorbei Damit wieder der erste Platz hier Und die schnellste Runde Wie kommt das denn? Gut gemacht, damit liegst du auf P1 Alter Digga, Jeff hat gerade richtig in mein Ohr geschrien Das ist motiviert Er schreit zu Damit liegst du auf P1 So richtig krass, Alter Digga, Jeff Chill mal Und einfach Ich bin eine Sekunde hinter Verstappen rausgekommen Alter, was ist das für ein Unterschied Kaum bin ich aus dem Verkehr raus Direkt die schnellste Rennrunde Und das mit einem niedrigen ERS Und mit mageren Benzin Alles klar Sehr schön Drei Sekunden vor Hamilton oder so Und Leclerc ist komplett im Verkehr Oh Bisschen Spiel mit dem Feuer jetzt hier Die schnellste Runde zu fahren Auf den Mediums Aber egal Ich will es hier 1,2 Sekunden besser als vorher Krass So viel habe ich noch in den Reifen hier Oh, Jovenazi Weg, 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 weg Oh, da geht das ERS gleich aus Aber sollte noch reichen für die Runde Jetzt hier durchs Anbremsen Da klatschen die Fans auch Alter Und wieder die schnellste Runde Einfach 1,2 Sekunden schneller Ich haue hier wieder die Runden raus 4 Sekunden jetzt vor Hamilton Also das sieht doch mal wieder nach einem Sieg für mich aus Würde ich sagen Noch 8 Runden zu fahren Auf Platz 1 4 Sekunden vor dem zweiten Das wäre jetzt extrem krass Davor die ganzen verkorksten Rennen Jedes Mal irgendeine Scheiße gemacht Und jetzt einfach zwei Siege in Folge oder was So kann die Saison gerne weiterlaufen Was voll komisch Dass man die Bolidenleistung nicht einstellen kann Weil ich habe ja eigentlich Renault genommen Damit ich nicht so krass bin Aber wir sind ja sowieso mit den gleichen Boliden Quasi unterwegs Und das ist eigentlich schade Weil dann würden wir eher zusammen fighten können Aber jetzt fahre ich da vorne weg immer Wahrscheinlich geil wenn du parallel auch noch aufnehmen würdest Und sein ist dritter Yo Krass Der Carlos Ich finde McLean ist ein echter Auf einem voll geilen Weg gerade Die haben zwei junge gute Fahrer Das Team Das Auto wird immer besser Und nicht mehr so Stress mit den Honda Motoren Ja stimmt Das ist auch ein netter Kerl Und nicht mehr solche komischen Machtpersonen wie Ron Dennis oder so damals Das wäre echt krass Wenn man irgendwie mal So ein Science oder ein Noise Noch in dieser Saison auf dem Podium sehen würde Aber ich glaube diese Saison wird eher schwer Du hast ja halt sehr viele da vorne ausscheiden Von den Top Teams Aber nächstes Jahr Könnte es vielleicht was werden Wenn man hart arbeitet Das wäre echt mega krass zu sehen Aber spätestens 2021 Gibt es ja radikale Regeländerungen glaube ich Da gibt es dann auf jeden Fall Ein paar mehr Unterschiede Im Vergleich zu davor Du hast es eigentlich voll der gute Fahrer Aber kannst leider nicht zeigen Im Williams Das Auto ist einfach so schlecht Wenn du jetzt immer eine halbe Sekunde Ist doch cool zu haben Selben Auto Da kann selbst der beste Fahrer Nichts machen mit dem Williams Ja ne nur gerade Achso nur gerade 200 Kilometer nur gerade Okay Alles der ist zu Ja dann schon Renault letzter Mit Roborosso Ferrari E-Doppelsieg Ne Vettel läuft in die Wand Vettel fährt Verstappen hinten drauf Weil der zu langsam ist Der Red Bull Honda Dann kommt so Kubica mit 10-fachem Windschatten Auf den ersten Platz Oh der Claire mittlerweile wieder auf dem dritten Platz Also hat er sich Seins wieder geschnappt 5,7 Sekunden vor Hamilton So Vettel ist einfach letzter Der fährt hier gerade auf dieser DAS Zone Vor der Wall of Champions Wäre das Rennen 50% Hätte ich den vielleicht überrundet Hatte ich noch nie Oh alter Fast noch in die Wand gefahren Leicht berührt aber egal Passt schon Karite Flagge Der nächste Sieg nach Monaco Der zweite Sieg in Folge in Kanada Wieder die schnellste Runde gefahren Mega krass 4,5 Sekunden auf Hamilton Mal hier ganz entspannt nochmal Da steht wieder die 1 Und der Finger Der Vettelfinger Da komm ich wieder Geil alter Nächster Sieg hier im Renault Okay die Nase war glaube ich leicht beschädigt Wie man da gesehen hat Oder? Ah ich glaube schon Nochmal kurz vor Ziel Bisschen in die Wand gefahren Ich glaube so mein Kollege da Der ist schon ein bisschen jetzt geübter Wie er mit dem Pokal halten soll Aber macht trotzdem noch die Roboterbewegungen Und da wieder mit Leclerc und Hamilton Die anderen beiden auf dem Podium Hier nochmal das Rennergebnis 4,5 Sekunden wie gesagt Dann Leclerc auf Platz 3 Nur 2 Zehntel vor Sainz Im Bot hast du auch extrem knapp Wieder nur 2 Zehntel Und dann der Pascal auf dem 6. Platz So dieses Rennen würde ich mal sagen Vor seinem Teamkollegen Verstappen Ja Riccardo leider nur 14. am Ende Mit der 1-Stopp-Strategie Ja okay hat ja jeder gemacht Vettel auf Platz 20 Gab ja wohl eine kleine Kollision War das mit dir gell? Ja Das war auf jeden Fall gut Dass der da keine Punkte mal geholt hat Verstappen auf Platz 7 Auch nicht so viele Sehr gut auf jeden Fall Für die Meisterschaft An dieser Stelle war es das Dann mit der Folge Ein mega solides Rennen Hier gefahren in Kanada Bis auf 2, 3 kleinere Fehler Vor allem noch am Ende Da fast in die Wand gefahren Aber am Ende wieder den Sieg geholt Also lasst ein Like Abonniert den Kanal Und aktiviert natürlich die Glocke Wenn ihr neue Seiten Keine weiteren Videos verpassen wollt Und schaltet beim nächsten Mal dann ein Wenn es weiter geht Mit dem großen Preis von Frankreich Bis zum nächsten Mal